Nummer 9, das heißt, das ist Regenum 18, Patrick Wilde, das heißt, der Hüter, Frank Parkstorz. Nummer 9, das heißt, der Hüter, Frank Parkstorz. Nummer 9, das heißt, der Hüter, Frank Parkstorz. Nummer 9, das heißt, der Hüter, Frank Parkstorz. Alle, geh ich wieder raus. Neh mal hier doch, he. Der Hüter, Frank Parkstorz. Nummer 9, das heißt, der Hüter, Frank Parkstorz. Nummer 10, das heißt, der Hüter, Frank Parkstorz. Vielen Dank. Das war's für heute. Schreibe, Köppen, nicht mit Fuß! Sieben, 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 Sieben! Sieben, Sieben! Sieben, 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 Sieben! Was soll ich denn? Was soll ich denn? In der Nahrung! Ja, geht zu! Geht zu! Geht zu! Hey! Das ist der Wahnsinn! Der steht nie wieder drauf! Wir sind abseitig! Ja! Das ist 7-3! Ja, das ist der Wahnsinn! Okay, Mann ab 16! Hey Mann ab 16! Solange das Stadion nicht auseinandernehmen fliegen, das ist der Wahnsinn! Ich kann gar nicht ausdrücken! Absichtlich Geld! Absichtlich Geld! Muss ja Geld! Da gibt's ja kein Geld! Absichtlicher Sand! Absichtlicher Sand! Ja! Aufs Torrat! Aufs Torrat! Wenn's vom Torrat! Keiner! Pfff! Du Bude legt der Fahne an! Das ist gut! Danke! 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 Wenn du da bist! Du bist der Fähne! Du bist der Fähne an!